hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video und zwar gibt es heute das bombenrohr festival von panda das sind drei bombenrohr in der packung die haben ja einen ausgesprochen guten ruf sind auf jeden fall ordentlich schwer die dinger und wir haben hier 25 gramm nam pro stück also wirklich die maximale nam und ja ich bin sehr gespannt und wir testen die dreimal viel spaß let's go nimm alle drei raus ich würde sagen wir starten mal mit dem ersten volles bokeh auf jeden fall so zweites auch sehr sehr schön und das dritte hätten wir hier noch starke teile sehr sehr cool i remember you you lift my spirit with you high is all i'm feeling remember how we felt alive i remember you you make me stronger can't go without end much longer remember remember